gut ich warte hier mal auf dich liegt auf mana ist diablo eigentlich in stufe 24 oder hat er noch mein eigenes level eine gute frage das werden wir sehen ich brauche noch 1,7 millionen erfahrungspunkte 1,7 moment komm schon ich will nach level 24 gehen ich schmeiß schon mal ein paar exe und so nach unten vielleicht treffe ich ja was ich probier's mal aus vielleicht ist der ja besser nein ich habe 114 prozent hit chancen ok minimaler schaden ist stärker maximaler schaden ist wesentlich schwächer ich gehe alleine nach level 24 wunderschön ich verkaufe ihm wieder ok 6000 aus dem fenster geworfen was tust du schon wieder ich habe geguckt ob der bogen bisher ist den ich da kaufen konnte oh nein ich habe schon wieder die kiste geöffnet und meine tränke sind kaputt gegangen weg mich oh feuer wir haben verloren nein die machen nur kurz feuer aber ich habe schon wieder ewig die tränke verloren was soll denn die scheiße was soll genug das waren heiltränke jetzt muss ich wieder manau und dann dauert es wieder ewig bis das scheiß ding heilt öffnest du die kiste auch wieso gehen meine tränke kaputt wenn ich eine kiste öffne verdammte scheiße ja darum hat er ja mehr tränke eingebaut wollen die jetzt alle kaputt gehen oder was der gute entwickler warte mal wir gehen mal oben rum erst achso hier geht es das ist bloß so ein kleines Ding ach Gott mein Mana ist auch weg wunderbar ich glaube ich öffne hier keine Kisten mehr steuere gibt es hier auch wieder ich bin nochmal weg warum denn ich investiere ein bisschen Gold raus da auf halt los wenn ich drück es dauert immer ewig bis er los läuft ganz ruhig nein meine tränke dezimiert sich so schnell nachdem ich da irgendwie viel verloren habe nachdem ich die kiste aufgemacht habe ich öffne jetzt keine kiste mehr öffne du die mal da ok ich hab denn so keine tränke oh aber Porsche und Seelings sind da drin voll geil das sind ein paar tränke ach ja ich hatte sowieso viel zu viel Gold ja man verliert hier auch nicht viel hey da ist noch eine Kiste die du öffnen könntest ich komm schon ich machs mal ein Stück weiter unten auf meins wo denn da ist noch eine Kiste da da geh mal ein Stück weg oh ich sterbe noch gar nicht so heilen will ich die Urnen zerstören ich glaube nicht auch die Kisten mache ich hier nicht mehr auf Säure und das ist übrigens doch eine Kiste gleich ich hab hier erstmal ein Gegner ein Gegner ein Gegner ein ganzes Euro für Repair ah nein ich hab was geöffnet will ich denn des Wahnsinns oh nein ich geh mal ein Stück zurück helfe 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 ah warum stirbst du denn weil das Spiel zu langsam reagiert ich brauch ein Spieler schneller reagiert ich hab die jetzt ein bisschen hochgelockt ne oh ganz toll ich muss ja durchs Portal laufen ich bin aber sofort durchs Portal du willst doch einfach woanders hinlaufen können und sterben können ja vielleicht hast du ja Diablo gefunden ne ne das überlasse ich dir dann immer muss ich alles hier machen so vielleicht gibt's da gar kein Diablo vielleicht ist da einfach nur Ende das wär leicht scheiße vielleicht geht's aber nicht mehr vielleicht hätte man das beschissene Spiel noch beschissener gemacht dann geh ich mal durchs Portal guck mir die Kacke mal an die du angerichtet hast verdammte Säure schon die längere Zeit verdammte Säure schon die längere Zeit ich muss da mal weg sterb halt fang halt das halten ja auch so viel aus ach komm schon ach komm schon er hat mich in die Säure gestoßen wie viel endlich ist stirbst du mal bitte oh ich hab den falschen geschlagen ist denn gestört bin ich ja zwei Stunden länger nicht hätte ich verloren ich hab mich aber gut geschlagen geht so gut geh ich jetzt wieder raus und hol mir nochmal Heilung hm naja ne ich geh mal vorsichtig vor steck mich hinter dem Sarg geh an die Ecke ich bin an der Ecke ich bin an der Kiste die Kiste mach ich nicht auf Dragon King oh könnt ihr was? ja nicht so ok ich hab einfache Gegner gefunden und ne Kiste die du öffnen kannst ich mach die definitiv nicht auf Moment ok Dragon Kings sind einfach merken wir uns und hoffen dass davon viele kommen von dem Rest liegen anderen wehen wow 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 ganz chill dich mal ok die Dragon Kings können einen wegschubsen und kommen spontan angerannt aber sonst können die nichts in Kombination mit anderen Gegner eventuell nervig aber sonst können die nichts sehen die lustig aus? ne ich wirklich ne ich hab keine Karte mehr das ist sehr gut wow das hat mich überrascht geh lieber nicht zu weit vor nein ich bleib hier ey die kommt zu mir das ist was denn wenn du da stehst dann geh ich zum Portal deswegen sag ich ja lock die nicht weg nicht her also zwei drei sind jetzt beim Portal oh das ist gut weniger sind gut wehe es sind viele ich töte dich vielleicht sind es auch vier ok dann muss ich dich töten ein Cape naja ganz toll spitzel ah ich würde die Säure spucker ich stehe in der Säure ah ah diese verfickten Säure spucker ah das ist das fickte Knockback ich bekomme die Säure spucker nicht tot und wenn ich die nicht tot bekomme such mal Diablo du treff das wäre alles keinfl Rules wenn ich die Säure spucker loswerden würde aber durch diese Säure so endlos wie Leben ist es nicht schön das können wir vergessen ja Blöde wo bist du ok da hinten geht das Level wieder rum Ich bin doch gut dabei, aber da kommen immer mehr Sorte. Ja, das kannst du vergessen. Ich gehe nochmal den anderen Weg. Welchen anderen Weg? Da oben rum. Das ging doch nicht weiter, oder? Weiß nicht. Hä? Oh, jetzt habe ich sie weggeloggt. Vielleicht kann ich noch ein paar töten. Vielleicht kann ich noch ein paar töten. Okay, das stimmt. Vielleicht kann ich noch ein paar töten. Mal gucken, vielleicht bekomme ich noch ein paar... Vielleicht soll ich mich erst mal heilen, bevor ich da nochmal runtergucke. Sind da unten noch welche am Eingang? Vielleicht wenige? Nein, gar keine mehr. Habe ich die ja gut weggeloggt? Ja, hast du eins eingekriegt. Die Frage ist nur, bekommen wir die jetzt einzeln hergeloggt? Nein. Es könnte schwierig werden. Vielleicht wollen wir ganz langsam gehen. Ich meine, die verstollen sich ja auch von Lein ein bisschen. Ein bisschen, ja. So einen halben Meter und dann ist gut. Ja, wenn wir ganz langsam vorwärts gehen. Pixel weiße. Ah, das war ein Pixel zu viel. Was machst du denn? Lass mal mein Schild aktivieren. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ich gehe da mal Feld für Feld vor. Die Kiste ist immer noch zu. Dann hast du die noch nicht aufgemacht. Oh Gott, das ist auch noch ein Bossgegner. Geh mal ein Stück weiter zurück. Nicht, dass ich irgendwie Angst hätte, aber... Für den jetzigen Trick brauche ich... ...einen höheren Hilfspiel. Hilfspiel. Ich bräuchte eine Tür. Wo ist die allmächtige Tür, die sie braucht? Eine Tür, die Sache wird gerätzt. Keine Tür, keine Chance. Also, solange da keine Tür steht, kannst du das vergessen. Gut, dann war's das wohl für heute. Wobei ich noch ein paar Tod bekommen habe. Hast du die weggelockt, oder... Hallo? Dann dreht halt dich mal wieder mehr Spaß. Entschuldigung, hab mein Mikrofon gemutet. Nach oben rechts hab ich die gelockt. Oben rechts lockst du die Gegner. Ja. So, bescheuert. Scheiß Rückstoß. Das ist doch nicht fein. Ich komm, was? Ah, ich komm noch nicht raus. Oh, er hat mich über das Feld gestoßen. Das geht. Hilfe. Warum läufst du denn weg? Komm wieder und töte die. Ich halte sie hin. Pass auf, du läufst im Kreis und ich schieße mal auf die. Das ist der Flan. Beeil dich, Mann. Gelegentlich treffen die mich. Ich hab Angst, dass sie mich irgendwo einkesseln. Ich kann nicht über alles drüber laufen. Die scheinbar schon. Hilfe. Die... Jetzt... Nicht stehen bleiben. So geht das nicht. Die zerteilen sich. Da gehen ein paar auf mich und ein paar auf dich. Das war so nicht geplant. Ach, komm schon. Ich hab doch rechts gedrückt. Okay, vergiss es. Weil das Spiel ja schon mal gar nicht auf meine Eingaben reagieren will. Ich log sie mal runter. Ich log sie mal runter. Aber sie zerteilen sich nicht. Meinst du denn so eine halbe Sekunde lang zerteilen? Da kann ich vielleicht einen töten und dann kommt schon wieder dieser riesige Mob. Aber die müssten alle weggelockt sein. Toll. Kann ich mal wieder unten hingehen und wieder sterben oder was? Und du hast doch genug Gold. Nein. Genug Gold hat man nie. Ist da oben noch einer? Nicht, dass da oben vielleicht noch einer hockt. Ne, hier hat keiner mehr. Ich benutze mal den Reflex-Spell, von dem ich nicht weiß, was er genau reflektiert. Ja, ja, ja. Wir machen Fortschritt. Komm schon, sterb. Was zur Hölle? Das war doch blau. Warum habe ich nicht genug Mana? Was soll die Scheiße? Es ist blau. Du sagst mir, es ist nicht genug Mana. Ich verarschen oder was, Spiel? Jep. Dreckspiel, Elendiges. Hätten diese Scheiße nie anfangen sollen. Ich verstehe nicht, dass da noch Fortsetzungen kamen. Welcher Vollidiot spielt denn so eine Scheiße? Also ernsthaft. Ich meine, nicht einfach so zu... Ich meine, Let's Plays gab es doch nicht, als das Spiel rauskam. Kann ich so nicht sagen, dass es jemand so aus Scheiß gespielt hat, als wir hier das machen. Ja, das finden wir halt ja gut. Scheiß Boss, bist du voll auf dem Sack. Weißt du das? Ich meine, das normale Spiel war ja auch nicht so schwer. Da hat man ja ein bisschen Fortschritt. Ja, das war genauso scheiße. Komm schon. Geht down. Ja, endlich. Was ist das? Wie schafft man das noch? Oh, 120 Geschicklichkeit. Wie viel habe ich? Unter zwei. Das hat nur zwei Amor mehr. Na, ganz toll. Gut, vorsichtig weitergehen. Irgendwo sind noch zwei Milliarden Säure-Spucke. Ja, da hinten, um die Ecke. Na, spucken sie schon wieder. Du bist Fernkämpfer, mach mal was. Nein, nicht mehr reinlaufen. Wie viel ist das denn da mit? Die kommt natürlich auch nicht so her, die ist das Viecher. Ich will mal um die Ecke gehen, glaube ich. Das Problem ist, um die Ecke sehe ich nicht so richtig viel. Lauf raus. Das verdammte Säure. Sie ist so völlig überzogen mächtig. Ja, vergiss das Schluss, Leute. Nein. Du brauchst ja unnötig viel Geld. Was ist denn du, mein Freund? Hallo, gut Freund. Grüß dich! So, das war's für heute. Hau und Cola ausgeben. Was? Ich geh noch mal rein. Ja, viel Spaß. Ich nicht mehr. Ich geh noch mal den Batscher töten. Hast du den Batscher schon getötet? Ja, hab ich schon. Ach, ganz toll. Gut, dann war's das für heute mit Diablo. Ich hoffe, er hatte keinen Spaß. Spastis. Ja, aber ein Stück von Level 24 haben wir ja geschafft. Toll. Hallo, guten Freund. Ich hab gar nichts geschafft. Komm, hör auf. Wir standen am Schluss immer noch am Anfang. Und ich hab 1.700 Gold. 1.700. Jetzt schon 200.000 fast. Jetzt hab ich nur noch 196.000. 276 Gold. Ich armer Mann. Frau. Ich brauche noch 1,7 Millionen Erfahrungspunkte. Egal, das war's für heute mit Diablo. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.